Und damit herzlich willkommen zurück bei Hard Reset. Wir sind in der U-Bahn. Nur keiner wartet auf mich. Gut, wenn sie keiner auf mich warten will, dann müsst ihr Ström ausmongen, ne. Wieso war mir das klar, dass... So. Schleimscheißer, nicht mehr in Ruhe. Zeug aufwerten kann ich hier. Mann. So. Nehmt mal bitte. Gut. Die Waffe auch mal wieder geupdatet. Hab zwar keine Ahnung, wo ich hinmolle, aber das interessiert erstmal keinen. Alter. Was war denn das gerade? Da kommt der Zürich nur straks auf den Zuge, bam. Alter. Was war das? Bam, 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 bam. Tot. Die Schleimhäuser werden mit Strom aus einem gesicherten Kraftwerk versorgt. Sie müssen alle Generatoren deaktivieren, um zur nächsten Station zu gelangen. Schleimhäuser werden mit Strom aus einem gesicherten Kraftwerk. Oh ne. Guck ich mal was anderes. Kampfflinte, Raketenwerf ist fertig. Annäherungsminen. Leben der Geschosse. Verkürzte Nachladezeit. Mach ich erstmal die Knarre hier fertig, würde ich mal sagen. Bevor ich dann die andere Knarre anfange zu machen. Satz mit X. Aber finde ich cool von dir, dass du die Tür aufmachst. Blöden Viecher, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was war denn das, Alter? Dab, 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 bam. Kapier ich nie. Alter! Ich bin mal weg. Alter, Alter! Von hinten der Anstrengung ist fies. Alter, so die miesen Säcke. Von hinten anschleichen, na, iiigit. Hä, 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 hä? Oh. 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 Die sind doch welche. So. Kann er wohl nicht, ey. Okay. Nein, ich hab nichts gesehen. Alter, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Hallo? Der Fahrstuhl ist grad. Tschüss. Äh, folgen Sie dem Kabel, er führt seinen Mechanismus, der die Tür öffnet. Äh. Äh. So, hier drin so. Äh. Ist ja lol. Muss halt über 2 latschen, um den Schalter zu finden. Da kommt aber 100%ig gleich wieder was. Was sagte ich grad? Nervensägen. 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 Wie ich immer sage. Nicht mal in der U-Bahn ist Ruhe. Nicht mal im Untergrund ist Frieden. Da. 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 Bist du blöd Aua Das Heilung, das Heal, das Heal Die Musik ist zwar cool Aber da gibt es immer nie was Gutes Wo denn? Hä? Ah, scheiße, scheiße Ah Scheiße Das war blöd Ups Ja, doch, wo die Feindler sind jetzt jetzt noch auf? Alter Das kann er wohl nicht So Kann ja wohl nicht wahr sein hier Das Sack da drüben ist das Wieso habe ich den nicht gesehen? Mann, 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 Mann Das Kraftwerk muss hier ganz in der Nähe sein Bahnen Sie sich ihren Weg durch den Hänger Du bist nur so ein Hänger Ich habe voll auf Muddy Alter, was ist das? Was ist das? Das ging ja noch Autosave Das ist also das Kraftwerk Hier muss ich Hier muss ich Knöpfe bedienen Die Knöpfe sind nervig ein bisschen Wurde da nur in Ko-Munition rumliegen Ha, ein bisschen Ist ja super Immer den Kabeln folgen Heißt es Werde ich das auch mal tun So Oh, aber ich glaube, das war es immer noch, ne? Das wäre jetzt, glaube ich, eine Nachricht, die kommt. Oder war es das? Weiß ich gar nicht. Das ist aus. Der war aus. Hm. So, das nehmen wir mal. Ah, hier ist noch was. Gesperrt, also ist ja auch ein Gegner. Da drüben. Oh, hier ist ja auch. Oh, hier ist ja auch. Oh, hier ist ja auch. Die habe ich gar nicht mitgekriegt. So. Ich weiß zwar nicht, was das gerade bringt, aber okay. Mal gucken. Ah, hier ist Save-Tag schon mal. Das ist schon mal schön. Mal diesen Mist hier mitnehmen. Das ist eine Demo. Ziel erreicht. Sie haben den Haupttunnel abgeschaltet. Die Gleise sind vorerst außer Betrieb. Das ist unsere einzige Chance, die nächste Station zu erreichen. Beeilung, Mr. Fletcher. Oh, Munition haben wir auch wieder. Oh Gott. Oh Gott. Ich soll ja jetzt nie ernsthaft da so... Oh Gott. Nein, sowas kann ich doch nie. Sowas kann ich doch gar nicht. Mann. Das ist doch nie euer Scheiß-Fucking-Ernst. Ich glaube, das dauert jetzt eine Weile. Ich hoffe, das ist ja... Oh Gott. Ich hoffe, das ist ja auch nicht... Oh, doch noch geschafft. Schon geht die Party wieder los hier. Ah, gleich zweier von den Schweinebacken. Zur unteren Rebe hier entlang. Ernsthaft. Ich kann noch nie den sein Ernst sein. Die Mucke geht schon wieder los. Jetzt habe ich mich selber getötet. Toll. Mann. Ist heute nicht mein Tag. Absolut nicht. Ah, Flinte. Wien ist heute nicht. Wien ist heute nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Geht mal weg. Ihr Scheißhaufen hier, Elenden. Das ist halt mal überhaupt nicht nervig, ey. Das nehm ich hier immer mit. Ja, ja. Der Witz wird auf der Fall nicht besser. So. Das nächste Update. Das sind ja doch die Annäherungsmin. Die ich zwar nie benutzen werde, aber okay. Ja, ich mach ja so schnell ich kann. Sag mal die Munition mit, du Idiot. Kein Bock da ohne Munition rumzudümpeln. Mann, Mann, Mann. Das ist die Leute immer so übertreiben müssen. Was ist denn hier los? Langsam habe ich die Shotgun richtig lieb gewonnen. Ich frage mich, wie lange das Szenario hier noch geht. Viel dürfte es ja nicht mehr sein. Lalalalalala. Huch! Ihr sollt euch nicht von hinten anschleichen, ihr Schweine. Und er hört sowas. Mann, Mann, Mann. Mann. Mann, 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 Mann. Ihr geht voll auf den Piss. Oh yeah. Ich kann nur leider noch nie upgraden, habt doch gerade erst. Mann. Ach, das interessiert mich gerade nicht. Muss man wieder Kilometer weiter weit laufen, um den Schalter anzumachen? Ich dachte, die sind aus. Au, das Geräusch, ey. Also, ich bin echt kein Profi, was hier Shooter Games betrifft. Wo ich stehen bleiben kann? Ja, da, beim Geländer. Hätte ich mal Feuer drauf achten sollen. Oh, ist das gemein. Alter, ich habe hier die falsche Waffenmodi genommen. Ist das fies, ey. Wie oft sind wir hier noch verrecken? Mann. Ich bin hier noch mal kaputt, Alter. Jetzt können wir weitermachen, Mr. Fletcher. Wir sollten zum Ende des Tunnels gehen. Hier bin ich ja schon wieder am Anfang. Dein Ernst? Ziel erreicht. Oh. Sechsmal gestorben, Alter. Wirst du wohl endlich sterben? Nicht schon wieder. Verschwinden wir von hier, verdammt. Wir müssen zum Militärkrankenhaus der Corporation Major. Der nahegelegene K3 Highway ist der kürzeste Weg dorthin. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020